Hallihallo, Hallöchen, da bin ich wieder, ja kurze Pause gemacht, um wieder einigermaßen mich zu konzentrieren. Ah, jetzt habe ich dir natürlich gerade wieder die Spell geändert. So, wollen wir mal sehen, wen wir hier alles anlocken. Da bin ich einen Schritt zu weit nach vorne gegangen. Aber noch geht's, sind nur drei. Und die kann ich in einem Angriff grillen, das Problem ist halt, müssen wir sehen, können mal hier den... Oho, das hat geklappt. Okay, das ging ja leer. Das war mal ein Treffer, holla, voll auf die 12 und dann ist er... Da ist er stiften gegangen. Wäre ja bei einer Verschwendung den auch... Wow, 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 wow. Chill mal, Junge. Das ist gut funktioniert. Auf einmal fangen die an hier mit dem Scheiß... Treffer. Willst du mich verkohlen? Willst du mich verkohlen? Ah, verdammt. Falsches Ziel genommen, ich weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich den mit zwei Lebenspunkten noch erledigen... und nicht den anderen, aber okay. Gut. Okay. Wo kommen noch welche? Ah, jetzt hat mich einer gesehen. Vielleicht auch ein paar mehr. Muss ich mal gucken. Das ist nur einer, aber man muss aufpassen. Selbst einer kann dich umbringen. Die ist kaputt. Vielleicht mal. Ah. Okay. Die kleinen sind mit dem... mit dem Feuerballkombination ziemlich einfach. Mhm. Nächster kommt. Okay. Jetzt kommt vier. Das wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Hallo. Falsche Richtung. Okay. Jetzt kommt vier. Komm mal? Baut dieっちゃ wichtig ist. Oh. Verbaut ihn nicht. Man wird immer nicht inspiriert. Ja, wird auch gemacht. Hä? Das wird so langsam. Ah, da können wir zwischendurch nochmal speichern. Nicht, dass wir noch einen Fehler machen. Und da kommt noch einer. Die Höhle ist echt assi. Wie ist denn sauviele von den Fischern hier dran? Ich meine, wenn du normal da reinmarschieren würdest. Und immer so... Ich weiß nicht. Hoppa. Gut, dass die Zutaten nicht so viel liegen. Jetzt hätte ich damit echt Probleme. Es sollte etwas am Ende dieses Trails sein. Ah, also doch. Jetzt kann er es auf einmal untersuchen. Okay. So. Speichern wir nochmal. Dann können wir nochmal kurz ins Inventar gucken. Mal irgendwas Interessantes. Menge Materialien bekommen. Das ist aber auch alles. Aus der Kiste haben wir dann wohl... Oh, guck mal. Da ist schon einer ausgegraben. Kommt noch ein kleiner. Noch mehr. Noch mehr. Das ist ja bald werde ich neu zusammensetzen. Oh, hier sind noch... Sind hier überall noch Säcke. Und warum kann ich die nicht öffnen? Hm. Okay, anscheinend kann ich den einen nicht öffnen. Examen. Was brauche ich da mit dem Examen? Ist doch Nonsens. Ich brauche auch noch nicht eine blöde Spur anzugucken, um zu wissen, dass da... irgendwas Blutiges passiert ist. Nein. Wenn du was willst, komm her. What the? Noch jemand? Oder habt ihr euch jetzt einen bekommen? Okay. Schlettern wir mal hier hoch. Vielleicht haben wir hier oben noch was. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht darauf retten. Leuchtet auf jeden Fall. Nur das an der Wand. Oh, und das. Linie ja überall Säcke rum. Was ist denn hier los? Wieder einen, den ich nicht untersuchen kann. Okay. So. Ich muss auch mal behaupten. Mal gucken, wo das hinführt. Oh, guck mal. Noch Beute gefunden. Iron Ore. Okay. Okay, gut durch. Hm. Auf der Seite. Mal sehen, was mich auf den Felsvorsprung erwartet. Gebaut. Oh, das da oben sieht. Locked. Ja, dachte ich mir. Das wird wohl ein Zugang von Elfen für Elfen sein. Und ich habe dafür neulich den Schlüssel. Naja. Ist nicht weiter dramatisch. Wir können ja einfach zurück. Ähm. Ist die Frage, ob wir irgendwie auf dem Rückweg Probleme bekommen. Das könnte ich nochmal hier seitlich gucken. Aber es sind keine keine Lagersäcke mehr da. Die sind wohl nur an bestimmten Stellen. Wie zum Beispiel hier. Und wieder mal einer, den man nicht untersuchen kann. Naja. Mal sehen. Aber es scheint keine keine Racheakte zu geben in dem Sinne, in dem dann noch irgendwelche auftauchen und mich auf dem Rückweg erledigen wollen. Obwohl alle auf dem Weg nachher drinnen aus dem Boden gelockt. Bezange, das kommt. Find anything in there two soldiers Was ist mit ihnen passiert? Die Monster haben sie getötet und sie wurden getötet. Halbessen auch. Sie sind sicher? Sie sind schrecklich. Sie sind schrecklich. Was ist passiert? Sie haben etwas zu verabschieden. Sie haben etwas zu verabschieden. Sie sind nicht bereit, was sie gefunden haben. Sie sind nicht bereit. So, so. Sie haben es gewonnen. Was ist das? Sie haben mich beschädigt. Menschen oft nicht mit Elfen. Ich bin nicht normaler Mensch. Das ist wahr. Es gibt irgendwelche Chance, dass ich lernen könnte, wie ungewöhnlich du bist. Was hast du in mir? Du wirst sehen. Du findest mich in der Forrest, bei der Wasserfläche. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Die Forrest ist gefährlich. Du kannst nicht alleine gehen. Die Elfen haben ihre Wege. Komm mal. Ach, das ist der Weg, wo wir herbekommen sind. Wir sehen, was uns hier erwartet. Natürlich kann ich nicht ins Wasser. Ich hätte das gedacht. Ich hätte das gedacht. Ich hätte das gedacht. Nein. Oh, das war ja die Falle, die ich... Das war ja eh mal eine Falle. Nein. Ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass man nochmal hier zurück kann. Aber klar, man muss ja irgendwie zurückkommen. Warum auch nicht? Das wäre jetzt nicht gerade... Okay. Oh, was ist denn hier das? Was? 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 Ja. So sieht hier aus. Hm. Okay. Wir können zurück zum Schiff laufen, aber wir können nicht aufs Schiff drauf. Ist okay, wenn ihr mich fragt. Wird nicht für immer warten. Na ja. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier... Was für Missionen wir noch machen oder ob wir jetzt uns auf dem Weg zum Wasserfall machen. Je nachdem. Je nachdem. Mal gucken. Weil beim Wasserfall... Ich bin ziemlich sicher, war ich schon mal. Hm. Na ja. Können wir schon mal... Oh, ich hab gar nichts. Ich hab ja nur... Ich hab ja nur... Ich hab ja nur Ressourcen und Hilfsmittel. Ich hab ja bloß Ressourcen und Hilfsmittel genommen. Oh-oh... Oh-oh... Was ist... Oh-oh... 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 Was ist... Oh-oh... Da habe ich wieder eine Menge Zutaten und Baumaterialien oder was Baumaterialien, Zutaten und Materialien, muss ja nicht Bau sein. Schauen wir mal alles hier raus, wenn ich es mal wieder brauche, kann ich es mir holen. Gut, jetzt ist die Frage, wir können ja nochmal ins Journal gucken. Ähm... Warum nicht? Folgen wir dem Auftrag weiter. Die sind zwei Aufträge mit Monstern. Und einer mit irgendwas mit Wahnsinn. Da können wir auch gerade dem mal folgen. Wasserfall. Ja, ich denke mal, der Fall würde uns schon die richtige Richtung zeigen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier auf irgendeinem Wehen oder irgendwas treffen. Wow, immer mit der Ruhe. Noch jemand? Oder seid ihr soweit durch? So viel Kram wieder. Das nur, weil sie gedacht haben, sie könnten mich überraschen. Gut, ich meine, der, der mir in den Rücken gefallen ist, der hat mich auch überrascht. Gut. 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 Gut.